meine stahlschaufel so ich gehe da noch mal ein bisschen eisen holen wir werden nicht alles wird sowieso nacht da kann ich auch ein bisschen buddeln gehen okay ich habe unsere erste ak zusammengesetzt erfahrt aber nicht so viel ja das ist momentan noch nicht so schön scharfschützengewehr fehlen noch zwei teile damit wir die nutzen können hier ist noch was scharfschützengewehr okay noch mal machen und das gehört auch hier war ich schon dann werde ich jetzt mal hier buddeln genau aber eine magnum trommel haben wir auch noch nicht ne pistolen treffen machen wir das mal strukturiert pistolengriffe so da haben wir ja schon ein paar so 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 136, ok, machen wir das mal so. Wir können ja, wenn es hell wird, nochmal die Straße hochgehen und dann mal noch, da kannst du da ja nochmal ein paar Autos auseinandernehmen, da ist ja da eine bessere Batterie bei, da ist die Straße lang. Wäre auf jeden Fall gut. So, okay. Langer Schrotflintenlauf, Jagdgewehrlauf. Ja, Gewehrlauf, da, da. So. Ja, alles gut. Wir wissen Bescheid. Ja, ich sortiere das alles hier nach, ich sortiere das alles hier nach Wertigkeit. Sieht ja schon nicht schlecht aus, langsam. Langsam füllen sich die Kisten, dann muss es nur noch besser werden. Ja. 238. Ich glaube, ich muss mir hier nochmal irgendwie so eine Treppe nochmal irgendwohin machen, weil sonst bricht mir das hier zusammen, glaube ich. Ja, ich stehe dir ja völlig frei, da kannst du schalten und behalten, wie du möchtest. Dann bin ich hier gefangen in der Höhle. Ich mach dann Rauchzeichen, da musst du mich abholen. Hahaha, Rauchzeichen. Hm. 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 So. Ja, natürlich Bruchson darf ja nicht fehlen. Jagdgewehrteile haben wir ja auch schon was. Also Jagdgewehrteile sind schon relativ viele. Ja, also da muss ich auch sagen, da findet man eigentlich wirklich viel von, von diesen Jagdgewehrdingern. Eine Pistole zerlegt so ja auch öfter, um da was bessere draus zu kriegen. Da ist ja dann auch mehr als genug. Ja. So, bei Pistole fange ich sogar schon an auszusortieren. Ja, macht das bloß. So. 160. 166. Hm. Pistole. Oh Gott. Okay. Sehr schön. Also ich bin ja dafür, dass wir die eine mittlere Kiste wirklich für den Händler lassen. Ja, kannst du gerne machen. Die habe ich ja extra deswegen, da habe ich ja schon dieses komische Nachtsichtgewehr reingelegt, ne? Ja, ich habe da auch schon Waffenteile drin und sowas alles. Jagdgewehr könnte man auch schon das erste Zusammenschuss, weil man da Bock drauf hat. Kannst ja, da kannst ja Tripper John draufschreiben. Also Pistolen und Jagdgewehr war wirklich schon einiges drin. So. Ähm. Schrotflintenlauf. Okay. Magnumrahm. Magnumrahm. 187. Ist jetzt auch noch nicht so dicke. So, langer Schrotflintenlauf. Davon haben wir eigentlich auch noch nicht genug. Ähm. Scharfschützengewehr. Ja. Schön. Drei Teile fürs Scharfschützengewehr. Ähm. Aber wir brauchen noch zwei, um ein Gewehr rauszukriegen, weil ein Teil doppelt ist. Äh. Hm. Na, ist dann nicht so. Pass mal auf, nachher immer wieder so viele Waffenteile, dann weiß ich mir ja nicht wohin damit. Ja, aber ist doch schön, wenn das alles besser wird, weißt du? Ja, gar keine Frage. Ich sag ja nur. Ähm. Irgendwer ist hier schon wieder unterwegs. Ich geh mal hinten am Pool gucken. Das ist aber nicht hinten am Pool, glaub ich. Oh. Haarne. Ja. Was denn? Ähm. Muss ich zurückkommen? Hohohoho. Ich versuch's mal so. Ähm. Stück für Stück. Dann sag Bescheid, dann komm ich zurück. Nö, nö. Stück für Stück. Okay. Oha. Okay. Ja, alles gut. Also ich, noch komm ich klar. Gerade. Okay. Sind zwar, sind zwar ein paar mehr, aber so Stück für Stück kommen die bloß. So, okay. Was springt'n ihr alle hier rum? Das ist doch keine Hüpfburg hier. Oha. Kommt ihr mal von der Veranda runter? Was für uns schon wieder? Die machen doch unseren schönen Zaun kaputt. Ja. Die, äh, schöner, schöner Flickflack war dann eben. Haha. Irgendwas rennt auch hier noch rum. Oha, wie viele sind das heute? Boah, hier ist ja richtig Party gerade. Gibt's dazu, du hast die alle eingeladen. Nö, nö, die kommen alle uneingeladen. Das sind die Partysprecher. Mhm. Muss eine ganze Familie sein. Hahaha. Können wir ja nachher mal zählen, wie viele das sind. Hehe. Aber ich tippe mal wieder so auf zwölf Stück, so wie letztens. So. So. So, hab ich jetzt alle Ocken so weit weg hier, dass ich die nächste Schicht abtragen kann hier. Ich hör doch noch irgendwo was. Das krabbelt bestimmt hier irgendwo. So. Oh, Antibiotika. Schön. Sehr gut. Das können wir auch gebrauchen. Ja, haben wir wenig von, ne? Denk ich. Also, ich mein, ich hab schon ja was gefunden in dieser Abbruchkiste da, ne? Hm. Aber... Wo sind die denn? Sind die hier um die Ecke oder was? Ja, ey, ihr spinnt doch wohl hier. Kommt, ey, lass den Zaun halten. Die hüpfen hier am Zaun zu dritt. Hm, ich werd den. Ich bin ja wohl. Oh, jetzt ist so einer sogar drinnen. Ach, nee. Doch, Klaus ist drinnen. Doch, Klaus ist drinnen. Klaus war jetzt drinnen. Boah, gibt aber ordentlich wieder Knochen und Tierfett an. Haha. Ja, das ist gut. Oh, da ist noch einer. Ja, ich wusste doch, irgendwas. Hm. 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 So, den Stein brauchen wir ja auch, den werd ich auch mal ein bisschen abbauen hier. Oh ja, den Stein brauchen wir auch. Alleine für Zement, Beton, ne? Ja, gut, das wird hier nicht mangeln. Ich werd nicht mehr gucken, wo geh ich jetzt mit der Treppe wie weiter. Äh. Na, da wird mir schon mal einfallen. Okay, Obergrenze geht runter. Ach so. Hunger. Hunger schlägt zu. Ich geh mal rein. Das kann ich jetzt mal kurz. Es sei denn, ich hab an dem Inventar zum Essen. Nö. Erst mal drinnen kurz wird. Ähm. 27,8 von dem Wildbrät, also Essig einmal, und dann hab ich erstmal ne Weile Ruhe. Ja, das finde ich auch gut. Den Mike hier mal ein bisschen sauber wieder. Die Linie hat alles herum. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass sie das Geknister hier von der Schmiede. Ja, ich glaube auch. Ich denke, das hören die wegen der dünnen Holzplatten so gut und kommen deswegen öfter hier an. Schade, die Dreier hatten wieder nichts dabei. So, ich muss die Spitzhacke wieder reparieren. So, wo mache ich jetzt weiter? So, dann gucken wir mal. Ach, den Quatsch brauchen wir nicht. Was finde ich, tut. Piercing, also Messbecher, Vitamine. Nö, Alma. Dann lass dich nicht sehen, dann schreit sie nicht. Ich glaube, sie hat ihren Schrei noch nicht getätigt, oder doch? Nee, nee, darum, das macht sie erst, wenn sie dich sieht. Ich glaube, sie hat es doch getan. Alma, warum machst du sowas? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So, ich zurückkomm. Spiderschwein, Spiderschwein. Ja, Romanski. Ach, der ist lang, okay. Kommt doch noch weiter? Ja, der kann nicht viel ab. Also, das ist ja, ne? Also, der Kopftreffer ist gut. Ja, ja, der kann nicht viel ab, der Typ. Aber der ist auch ziemlich dürr. Ich meine, guck ihn dir doch mal an. Aber nur wenn du Kopf triffst, kann er nicht viel ab, sonst... Ja, ja, aber trotz alledem, dem kommt man schneller bei als dem dicken, fetten Erwin. Meine Fresse, ich wollte bloß hier sauber machen, weißt du, dann kommt die Schrei-Olle an, ne? Ja. So, jetzt darf ich wieder weiter sauber machen. Weil er ja noch nicht fertig war. Das wird aber gerade duscher. Ja, ne, weil das auch wieder regnet, dann ist das immer so dunkel. Boah, schön. Ich mag ja sowas, ne? Also so, wenn das Wetter so ein bisschen... Ja, die Atmosphäre ist so dann ganz anders, ne? Ja. Gefällt mir richtig gut. Oha, okay, hier liegt nur einer. Jetzt muss ich doch mal was gucken gehen. Ich glaube, die ganzen Bäume sind fertig, die Reihen, die ich gepflanzt hab. Echt? Ich glaube, ja. Aber nicht... Nicht alle, so wie das aussieht. Ein paar sind noch grün. Ich weiß nicht, hatte ich die später gepflanzt oder früher. Ja, das lässt sich schwierig sagen. Manchmal, wenn du die zu dicht pflanzt, wachsen die ja nicht so. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen gucken. Oha! Also das kann man wirklich Ali nennen oder was. Also schön bewachsen, du. Hohohoho! Kannst du bald Wald nennen, wenn du so weiter machst. Ja, das mach ich. Das mach ich auf jeden Fall. Aber ein paar sind hier zwischendurch noch grün. Ja, vielleicht stehen die zu dicht. Weißt du, dann wachsen die ja nicht so schnell. Das kann sein. Aber eigentlich... Genau, wie die Schäden im Ali. Zwei Bäume in einer Reihe, weißt du? Und dann am Ende nochmal. Aber gut, okay. Okay, dann haben wir es. Na gut, dann bring ich mal erstmal wieder Zeug weg, wa? Aber die haben uns ein Brett... Ein Ding da weggekloppt, ne? Eine Platte. Aber eine Rotholzplatte musst du dich doch eigentlich herstellen können. Die solltest du... Wir haben ja auch schon Chrysanthemen. Also das sollte eigentlich gehen. So. Ja, ihm ist gerade kalt. Ja, ist mir klar. Das ist mir sowas von klar. Da musst du einen Eintopf essen. Oder einen Kaffee trinken, damit der auch warm. Boah. Okay, bringen wir mal ein bisschen was weg. So, komm, jetzt geht der hier rein. Federn da oben. Jagdbeuten. Jagdbeuten. Oh, okay. Ein Knochen behalte ich mal, dann kriegt man mal wieder was herstellen. Na ja, wenn du das Messer gut benutzt, ne? Ja, na ja. Dann ist das auch schnell weg. So. Tu, aber 394 Messer? Ja, nett. Ja, das ist richtig nett. Da teilt eine Weile durch. 199 Eier da im Kühlschrank. Schauen wir die noch rechtzeitig aufzusehen. Na ja, wir können ja auch dieses Speck und Ei machen. Das können wir auch machen. Stell dir mal vor, das würde schlecht werden, das Zeug. Weißt du? So stinkende Eier im Kühlschrank. Medizin haben wir doch hier im Bad. Oh, schön. Schöne Wandkerzenhalter, weißt du? Ja, schön beim Kacken. Kacken bei Kerzenlicht. Haben wir irgendwo Spiritus? Bestimmt in der Schmiede irgendwo in der Kiste, ne? Ja, in der Bastelkiste da. In der Bastelkiste. Brauchst du das eigentlich für irgendwas? Weil da können wir ja eigentlich nur Sprit mit herstellen oder Medizin verbessern. Ich hab keine Ahnung, wofür man das braucht. Aber Sprit sieht momentan gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Ach, Quatsch. Kann man Spiritus nicht auch selber herstellen? So, Verbandskasten, was brauchen wir dafür? Wir brauchen Klebeband, normalen Verband, Spiritus und Blutbeutel. Du? Kann man Spiritus nicht auch selber herstellen? Entweder am Lagerfeuer oder an der Chemiestation? Mir ist so. Ich weiß gar nicht, wir können mal gucken. Maismäh, nur trübes Wasser, ne? Oder irgendwie so wird. Ähm, wir gucken mal. Spiritus können wir tatsächlich hier herstellen. Trübes Wasser und Maismäh. Ja. Das ist sehr gut. Wieso kann ich das nicht fertigen? Es fehlt Klebeband. Ach so. Äh, okay. Klebeband können wir auch wieder herstellen. So, machen wir gleich Maximum. So, ich stelle mal eben so zwölf Erste-Hilfe-Verbandskästen her. Ja. Mit den Ressourcen, die wir haben. Aber wir haben auch schon ein paar, ne? Ja, aber du weißt ja, wir hatten ja nachher Hunderte. Und auch immer wieder benutzt, ne? Also, das ist, ähm, es war nicht übertrieben, dass wir das so gemacht haben. Nein, vor allen Dingen die Unböden-Köter in der Ehe. Ja, die, die, die Hunde, Erwin, hat uns alles infiziert nachher, ne? Ähm, okay. Das heißt, wir haben jetzt zwölf Erste-Hilfe-Verbandskästen. Schön. Medizin, Antibiotika, Schmerzmittel, Schmerzmittel werden wir sowieso verscheuern. Ach nee. Ach, habe ich mich da jetzt vertan? Was denn? Da haben wir ja was verkehrt gemacht. Warte, das machen wir andersrum. Ähm. So. Erste-Hilfe-Verbandskästen haben wir. 28. Schön. Haben wir doch ein paar mehr gefällt mir. Dann, äh, bringen wir mal da zurück, was wir nicht verbraucht haben. Ähm, ja, Spiritus war jetzt ein bisschen wenig. Ja, also viel haben wir davon noch nicht. Aber wie gesagt, das kann man ja noch dann herstellen. Da muss man ein bisschen Maismehl machen und dann... So, ich räume mal ein bisschen was weg. So, dann mit Dosenfutter. So, 205 Eier haben wir jetzt. Federn sieht jetzt auch nicht schlecht aus. 500 oder so. Warte mal. Da machen wir was anderes mit. Ich stelle mal noch ein paar Pfeile nachher her. Ähm. Heike hat übrigens geschrieben und, äh, wir können wieder, sagt, äh, Heike, äh, einen schönen guten Abend. Ja. Ja, schönen Abend, Heike. So, Gammelsandwich packen wir auch weg. So, Medizin packe ich mir auch ein bisschen weg. Ein bisschen Antibiotika, ein bisschen Vitamine. So, ähm, Honey, ich habe ein klein wenig umsortiert. Mhm. Ne, was die Medizin angeht. Ich habe auf der linken Seite von den Spülbecken habe ich nur die Erstenhilfe Verbandskästen und rechte Seite die Verbände, der Abnahmekit, Blutbeutel kommt da rein. Und Schienen sind ja auch genug. Die stacken sich ja auch hoch genug. Da sind ja auch schon 38 drin. Ähm, das ist in Ordnung. So. So, Stofffetzen und Leder, das sieht alles schon ziemlich gut aus. Ähm, so, Pfeile. Ja, die meisten Klamotten, die so old sind, die zerlege ich dann. Ich stelle auf jeden Fall nochmal Pfeile her. Erstmal macht das, äh, Waffen hoch. Ne, dann kriege ich sowas wie Messer und so noch hochwertiger herstellen. Ähm, obwohl Pfeile haben wir ja 2000, ja, wir haben, wir haben. Wir haben eigentlich genug, also. Ja. Ähm. Ähm. Die friert. Die friert. Die friert. Die friert. Wie sollte es auch anders sein? Die friert. So, wie sieht es denn mit dem Teevorrat aus? Das ist in Ordnung. Die Pflanzen sind auch ein bisschen Wasser. So, okay. Okay, ich wollte ja noch ein bisschen hier auf der KDE, irgendwas wollte ich hier noch ablaufen. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Da hinten.